Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's nach Rheinfelden. Rheinfelden ist in der Schweiz und ist im Kanton Aargau und grenzt an Deutschland. Wir sind jetzt in Rheinfelden angekommen und die Fahrt hat mit dem Auto etwa 10 Minuten gedauert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt auf die Rheinbrücke und auf der anderen Seite ist dann Deutschland. Ich gehe jetzt auf die Rheinfelden. Ich gehe jetzt auf die Rheinfelden. Ich kann euch mal zeigen. Also diese Seite ist Deutschland und diese Seite ist die Schweiz. Jetzt geht's weiter nach Deutschland. Ich gehe jetzt auf die Rheinfelden. 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 Und bin jetzt auf die Rheinfelden. Ich gehe 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 jetzt auf die Rheinfelden. Und das Video ist ein bisschen kurz geworden. Aber ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen. Vergesst nicht einen Like zu geben und mich natürlich zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.